Hallöchen! Heute verlegen wir unser Schlafzimmer, bauen einen wunderschönen Teppich dazu und wir verschönern die Kellertreppe. Viel Spaß mit dem Video! Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Minecraft Vanilla Staffel 2. Und ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast, hier auf meinem Kanal und mich begleiten möchtest auf meinen tollen Abenteuern, die ich hier in Minecraft erleben werde. So, ich brauche erstmal ein bisschen Holz. Und zwar 4,8. Da gibt es zwei Kisten. Wir können auch schön den Teppich machen, den machen wir jetzt so. Vielleicht will ich noch eine andere Frage. So, da kann man das Teppich halt einfärben, den brauchen wir nicht. Genau, ich gehe mal kurz schlafen und dann kriegen wir mal ein bisschen das Rote. Das ist alles. Ich weiß nicht, ob wir es schon haben. Doch, wir haben eine gute Farbe. Jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage. Ich habe den Teppich nicht einfärben können. Okay, wahrscheinlich nicht mit einem anderes machen, ob ich mal die Wolle einfärben. Ja, so funktioniert es. Okay. Und dann tun wir mal eine kleine Schlafecke einrichten. Aber nicht hier. Und da jetzt so langsam. Ich muss mal schnell nachgucken. Moment. Juuu. Und zwar. Ich bleib doch daran, ich war kurz im Kreativmodus, weil ich mal kurz über das Haus fliegen wollte. Ja, und dann war ich nicht in dem Survivalmodus zurückgegangen, sondern in dem Adventuremodus. Und natürlich, im Adventuremodus kann man nichts abbauen. So, kann man das Bett auch noch irgendwie rot einfärben, oder irgendwas. Jo. Jetzt haben wir ein schönes Rotes Bett. Machen wir eine schöne Schlafecke. Und natürlich, die Nachtischschränkchen. Und natürlich mit schicken Teppich. Gut, natürlich brauchen wir dann auch noch ein bisschen was für die Küche, aber das werden wir dann später ein. Jetzt würde ich hier erstmal noch eine Tür reinbauen, dass wir hier einen steilschen brauchen wir dann noch. Eine Tür haben wir schon. Einen steilchen haben. Jetzt gehe ich noch ein Stück weiter. Dann machen wir das so durchgehend drin. Super. Dann haben wir das auch hier schon abgetrefft. Genau. Dann würde ich sagen, fangen wir im Keller. Also ich würde ja nicht ein Lagersystem unten im Keller machen. Küche können wir dann hier irgendwo reinbauen. Wir gehen jetzt gleich wieder an. Schönen Geht doch relativ schnell Jo, haben wir noch eine? Nein, wir haben natürlich keine mehr Aber hier machen wir uns gleich zwei neue Und beide geht aus Spaß So, können wir schön zumachen Und schon haben wir eine schöne neue Wand Wir brauchen noch neue Steinchen Steinchen, da haben wir noch ein paar Schönen 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 Die Sachen werden aber Schminell alle Hier kann man aber den Ofen Äh... Jetzt bleibt Platz Jetzt haben wir auch gleich noch Ich hoffe übrigens, ihr seid gut in die neue Woche rein gestartet Und ihr hattet Und ihr hattet Auch ein schönes Wochenende zuvor Ja Und die Folge geht ja heute online Wenn es Fasching ist Also am Faschingsdienstag Würde mich mal interessieren Seid ihr eher Faschingsmuffel Oder Faschingsfans Macht mal hier oben rechts mit Bei der Abstimmung Seid ihr eher Faschingsfreunde oder Faschingsmuffel Ich muss nur sagen Ich selber bin jetzt nicht so der ideale Faschingstyp Aber wenn es sein muss Wenn es einen bestimmten Anlass gibt Dann gerne Aber so privat Nö Ich mach's wohl gerne mal ein Späßle mit Aber Ich bin jetzt nicht so der Faschingtyp Aber natürlich Wer das gerne feiert Stört mich nicht Im Gegenteil Ich freu mich Für die Jecken Wobei das hier bei uns auch nicht so ausgeträgt ist So Ich bin ja auch froh Dass ich nicht in Köln oder wo wohne Da kommt's mal um das Mit dem Fasching ja gar nicht rum rum So So Sieht ja schon mal ganz gut hier aus Ich könnte noch ein paar Pflanzen oben reinsetzen Und Eine Ein bisschen Schilf Ein bisschen Schilf Gerdafass Oder Dann klicken wir auch ganz locker hin Waren wir nur ein bisschen Wasser Oh, schaut mal So ein Zufall aber Aber wir sollten vorher Erde hertunen Aber Erde haben wir auch da So ein Wasser brauchen wir noch Wasser, Wasser 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 So ein Wasser Hammer Oh, was kann ich jetzt machen? Jetzt muss ich noch ein bisschen schieben. und so Ah, da brauchst nix Gehaktes, ist schon interessant, die Fackel habe ich aber weggemacht, ne? Da hin pflanzen. Weil, ne, die könnte aber oben lassen. So, wir haben die 15 Minuten schon erreicht, wir haben ja auch ein bisschen Wasser erreicht. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch, wünsche euch noch eine angenehme, ruhige Woche und wir hören uns dann und sehen uns dann hoffentlich am Donnerstag wieder. Wenn es euch gefallen hat, ne, ihr wisst schon ein Däumchen, eher ein Däumchen. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao, euer Blackstar. Ciao, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.